Ab Montag wird's richtig abgefahren. Der rockigste Dreier. Der rockigste Dreier. Jagd die Rockland Radio Rockhymnen. Und das sind sie. Egal wo, egal wann, je länger du uns hörst, desto näher bist du den Rockhymnen. Du hast eine der drei Rockhymnen bei uns entdeckt. Dann ruf an und hol dir eine ganze Autoladung voll Bier. So viel wie reinpasst. Bier bis zum Abwinken. Infos auf rockland.de Wir zahlen alles. Der rockigste Dreier. Jagd die Rockland Radio Rockhymnen. Rockland Radio. Jeden Tag, den ganzen Tag.